So, Servus Leute, herzlich willkommen. Heute gibt es mal ein bisschen was zu gewinnen und deshalb bleibt dran. So und dann begrüße ich euch herzlich heute wieder mal zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute gibt es mal ein kleines Gewinnspiel auf dem Kanal, das erste hier und es wird auch nicht das letzte sein. Das verspreche ich euch, warum heute hier mit Mikrofon und allem drumherum in der Hand und ohne Greenscreen wie sonst immer. Das liegt einfach daran, dass erstens mein Mikrofonständer irgendwie in den Arsch gegangen ist. Ich weiß nicht warum. Und zweitens habe ich mir einen Greenscreen jetzt neu gekauft. Der ist noch nicht da, weil der alte einfach zu klein dann war. Und deshalb gibt es das heute nur mit Mikrofon in der Hand und ein bisschen im Hintergrund hier ein schönes Mad Max Poster. Daneben hier irgendwo oben haben wir dann Hitman. Ja und heute gibt es zwei Sachen zu gewinnen und zwar zum einen Run All Night, die Blu-Ray. Dazu gibt es noch eine Review gleich, also die folgt dir in den nächsten zwei Tagen. Die könnt ihr gewinnen, indem ihr einfach in die Kommentare schreibt, was ist eigentlich euer Lieblingsfilm mit Liam Neeson. Wie gesagt, Run All Night. Zu dem Zeitpunkt, ich halte das jetzt mal hier so hin. Denn dann könnt ihr da zu euch die Review ansehen. Solltet die schon oben sein, dann werdet ihr das hier verlinkt sehen. Das Gewinnspiel geht übrigens bis zum 30. September, also relativ lange, einen ganzen Monat. Und als zweites könnt ihr noch eine richtig, richtig geile Sache gewinnen und das ist hier das Stilbook zu Ex Machina. Also wie gesagt auch hier, wenn dazu schon etwas oben ist, dann seht ihr das jetzt hier neben verlinkt. Ein richtig geiles Stilbook, muss ich sagen. Und da schreibt ihr einfach mal rein, was ist euer Lieblingsfilm über künstliche Intelligenz. Ihr könnt für beide Filme etwas machen. Ihr könnt aber auch nur für einschreiben, das ist jeweils davon euch egal. Schaut rein und wenn ihr Bock habt, das beides zu gewinnen, dann wünsche ich euch erstmal schon mal viel Glück dabei. Die Gewinner werden dann ausgelost. Also es gibt von jedem eine Sache zu gewinnen. Die Gewinner werden ausgelost am 30. September dann wahrscheinlich. Und bis dahin in diesem Sinne verabschiede ich mich von euch. Wünsche euch viel Glück und Leute, geht ins Kino.